Oh Igel, bist du krank? Was fehlt dir denn? Was ist dein Problem? Du hast Kopfschmerzen. Oh, armer Igel. Und du hast Schnupfen und Halsschmerzen und Bauchschmerzen. Das ist aber schlimm. Fühlst du dich nicht gut? Willst du zum Arzt gehen? Du willst nicht zum Arzt gehen? Warum nicht? Der Arzt untersucht dich und gibt dir Medizin. Und morgen geht es dir besser. Vertrau mir. Das ist eine gute Idee. Gehen wir zum Arzt? Du brauchst ein bisschen Medizin. Und lass mal deine Stirn fühlen. Ich glaube, du hast auch Fieber. Wir müssen definitiv zum Arzt gehen. Gehen wir? Ja, gehen wir, Igel. Glaub mir, es ist gut zum Arzt zu gehen. Morgen geht es dir besser.